guten tag so also freudige kunde für die taube wir haben jemanden gefunden der sie auf und es sieht außerdem so aus als könnte die taube wirklich erst lernen zu fliegen weil wie gesagt nicht immer gleich aufgeben nicht immer gleichen halt umdrehen sozusagen das ist gar nicht so vom vorteil sondern wir haben jetzt erfahren auch von dieser frau dass diese dass sie zu jung ist oder war um eine brustmuskulatur aufzubauen diese natürlich dafür braucht extrem viel brustmuskulatur zum fliegen wenn sie die nicht hat dann schwächelt sie sozusagen kann man nur ganz kurz flattern und fällt dann quasi wieder auf den boden das ist ganz normal das konnte sich noch nicht ausbringen weil wir natürlich auch nicht das gleiche futter füttern können wie es die eltern tun die dann teilweise eben noch weiß ich viel weiße eiweiße proteine was weiß ich und was weiß ich was die da alles noch geben deswegen für jungtauben gilt halt noch ganz anders fütterungsprogramm davon kann die taube keine muskulatur aufbauen und der training ist halt auch nicht so geil bei uns in der küche deswegen haben wir das jetzt so erfahren und sind ganz glücklich und mittlerweile kann sie ja sogar vom boden fliegen auf stufe 1 stufe 2 bis ans fenster hoch und sitzt dann da und guckt raus also sie will schon zum fenster sie will schon raus kann bei uns aber nicht raus wegen der katze von nachbarn das ist jetzt auch schon wieder offen der ist schon unterwegs der würde sie sofort räumen und das wollen wir eigentlich also insofern alle gut wahrscheinlich sagt mal die taube wird überleben also überleben auf alle fälle weg krank ist anscheinend doch nicht sondern sie ist einfach nur viel zu schwach jetzt haben wir die richtige den richtigen ansprechpartner gefunden endlich ja wenn wir mal jemand der sich um sowas kümmert das finden wir ganz toll werden wir dann noch finanziell unterstützen überlegt wir haben 50 euro da spenden auf alle fälle an die gute dame weil das ist erstens ist natürlich hilft sich den tieren ja in erster linie aber in zweiter linie hilft sie natürlich auch uns weil wir ja nicht wissen wie wir damit umgehen sollen mit der situation und da ist es immer gut einen ansprechpartner zu haben und so weiter muss man auch honorieren unterstützen und dergleichen und jetzt wenn meine tochter was von mir oder was das wollte ich kurz mal gesagt haben da werde ich jetzt denn nachher hinfahren und dann erklärt mal mit ihr reden und so sie meint sie kriegt sehr wenig unterstützung und so weiter ich werde mal mit ihr reden also ob das ok ist für sie dass ich sie im internet erwähne namentlich also mit internetseite oder mit spendenkonto und vielleicht habt ihr ja bock und spendet ihr auch weiter oder so wie gesagt ich finde das ist eine gute arbeit ist jetzt ich bin gespannt wird mich nachher noch mal melden wenn ich dann wieder da bin überhaupt ist gut auch manchmal für so kleine projekte zu spenden man wird an die 400 vögel wohl im jahr die sie die sie da aufzieht und das muss man unterstützen kostet doch alles geld und nicht sehr wenig gut das war erst mal von jetzt sehen wir uns gleich noch mal konolo macht sich stadt fein hat jetzt hier sein eigenes nest quasi auch direkt am fenster direkt am fenster ich muss euch mal roto holen noch einmal reingucken tschüss 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 tschuss tschüss lch pleased mal nett mit dir na schau an meine frau kriegt gefühle tschüss huh ha h� ha 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 toby die Taube ja nicht verletzen. Ja, ich fahr jetzt das Auto und dann fahr ich los. Na Wolfgang? Wie geht's denn so? Geht so? Ach, mir ist das frühmorgend, das Wetter ist so feucht, dass ich so drin fühle. Ich weiß auch nicht, wenn ich frühmorgend aufstehe, dann tun mir so die Knochen weh. Ich hab schon meine Tabletten alle genommen, ja. Du bist alt, Wolfgang. Ach ja, ich hab schon gedacht. Du wirst uns alle noch überleben, Wolfgang. Man sagt ja so, ich meine ja gut, ich weiß nicht, mir geht's ja gut sozusagen, ja. Aber wenn ich das feuchte Wetter und das nicht, man müsste raus und du hast keinen, das ist auf Deutsch gesagt, das ist scheiße, ja. Moi, das ist halt alle scheiße manchmal. Und ich verlieren euch gar nicht. Nichts Neues. Mit Alexus, den nennt man ja gar nicht mehr. Ich wär doch froh, dass du nicht hättest. Ach jo. Erst beschwerst du dich, hörst du oft. Nein, nee, ach jo. Mein Andreas sieht auch keinen, auch nicht. Andreas ist immer früh arbeit, treff ich manchmal ganz früh morgens, kann los hier. Ja? Du hast doch am gestern um meinen Achsel kurz raus gesehen, ja. Na gut, ich hab früher um 7. seh ich so, das war schon. Meist. Ja, 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 das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht, da ist ja auch nicht. Ich bin nicht hart zu auf den Achsel, wenn man will, dass ich auch nicht an muss. Weil ich den, ne, ist ja da, ist ja auch Fahrrad da, und dann ist er wieder weg. Aha, kann er ja machen. Ist ja auch jetzt, kann sich frei bewegen. Ja, ja, der ist ja jetzt 50 geworden. Dann darf er nicht schon, dann hat er die Erlaubnis von dir. Ja, ja, ja. Hast du schöne Arbeit jetzt, wenn der Achim das macht, oder? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, bis Ende November will, dann mach er so. Ja, muss erst mal gucken. Kriegen wir hin. Wo der so fleißig ist, oder? Wollt ihr schon hinkriegen? Na ja, klar. Ich mach das schon. Sag mal, was macht denn überhaupt? Ich wollte mal ein Richtiges drehen. Du bist immer? Nee, ich drehe eine Kanzette von heute Weihnachten, oder meine Geburtstag. Ja, ja, heute Weihnachten Geburtstag, Kanzette. Ja, ja, ist alles in Arbeit, aber ich... Ich schaffe, du schaffst das immer nicht. Ich schaffe es nicht. Ja, das ist genau, das ist die Frage, was macht auch Alex, ja. Zwei oder drei Jahre, warte ich schon, dass der mir mal meine, von den Platten, auf den Sieg überspielen. Naja, das wird ja nicht. Das musst du einfach ansagen, ja. Das ist so schwer. Das musst du einfach wieder abholen. Ja, ist das so schwer, Plattenspieler aufzulegen, wie die Leute was tun. Naja, für dich ist das offensichtlich so schwer, weil du machst das ja nicht selber. Na ne, weil ich, wenn ich jetzt einen Plattenspieler gehabt hätte, oder so mal Kanzette, hätte ich das selber hier gemacht. Ja, logisch. Ja, oder Stierlager oder von da nach da. Aber, siehst du, das ist... Ich erinnere mich dann mal. Wenn du irgendwie jeden mal brauchst, oder... Ach! Ich hab jetzt aber... Ich hab aber jetzt einen guten Freund gefunden, Thomas. Einen guten Freund gefunden? Gute Freunde findet man nicht. Den doch. Das ist über Jahre. Na, da bin ich ja gespannt. Was kommt denn? Ja. Ja. So um die Ecke. Um der 48. Da war... Um der 46. So ein Jungschach. Da wohnt ich in der Treppe. Und zwei Treppen wohnt. Wir sehen das vielleicht auch schon. Und... Wir waren mit mir im Jarten draußen. Also der ist so... Wie soll ich sagen? Der ist so... Der ist Tischler, oder macht vieles, oder? Oder so. Hab mir im Jarten geholfen. Meine Bank brauche. Gratiert hatte mal, oder? Und so. Also der ist so lieb. Der rennt für mich da, und da hin, und da hin. Nein, aber... Verlaut ihr das nicht? Nein, ne. Du willst... Du willst gleich rein gehen, wa? Ich muss. Ich muss. Ich hab Termin. Eine Sekunde noch mal. Elvis... Brauchst du surfen, oder so was? Nee, wa? Wie ist doch der Kleine mit den Tüftern? Ja, ich weiß. Der macht da auch... Der macht... Na sag ich schon... Surfen, oder so was. Weißt du? Ja, ja, ja. Das ist ja auch... Da hast du schon ganz nette Leute. Die trinken die 3-4 hier in der Straße. Wir sehen uns ja auch gekommen dieses Jahr. Durch die Corona alles. Na, nächstes Jahr wird's wieder besser. Nächstes Jahr sitzen wir wieder draußen. Alles schick. Oder kannst du wenigstens wieder draußen sitzen. Ich muss ja arbeiten. Ah, ja, ja. Aber ich kann ja vielleicht wieder draußen arbeiten. Müssen wir schon. Also die Olle macht doch alles kaputt, damit ich... Ja, das ist ja die Kacke gewesen. Mit den Corona-Tests da drüben. Ja, das ist ja dahinter. Die Leute rechnen ja alle wie Karnickel hin und her. Und die Karnickel stehen sich von der Straße. Ja, achst du die Bisse-Hobrig-Straße. Gestern oder vorgestern. Naja. Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Wie hat die... Das hat die von... Von den... Na... Die... 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 Wie... Die... Die... Ja Thomas, ich kann mal nicht vor so einer Angst nehmen, wie du das bist, ja. Ach ja, eine Gute. Eine Gute dir. Bis dann. So, jetzt ist das los auf alle Fälle. Das haben wir, jetzt. Ja, obwohl es natürlich nichts hier ist für den. Und wie er alles vollgekackt hat, hat er jetzt auch schon gemacht. Aber du bist sehr süß. Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja, ist ja immer so. Du kannst auch noch mal tschüss sagen. Die Kinder können auch noch tschüss sagen. Die wollen doch ja nicht, die sind doch sediert. Skadi hat sich verabschiedet. Kannst ja sagen. Kannst ja drüber Bescheid sagen. Tschüss Papa. Tschüss Papa, nein Papa hilft auch. Papa gibt es nicht mit auf. Das würde es aber bestimmt gut finden, ja. Hey Andy, wir haben jetzt mal einen Kuh ab, okay? So, haben wir Geld, habe ich auf alle Fälle. Ja, hast du Geld, ja. Kiste habe ich. Dankeschön. Sag ruhig noch. Telefon ruhig. So ein bisschen Geld haben wir halt bei, wie gesagt, zum Spenden und so. Und, äh, auch zum Tanken. Wir tanken muss ich dann auch, weil das wird er nicht mehr schaffen. Hin und zurück. Wie gesagt, ist ein bisschen Strecke. Naja, schauen wir mal. So, ich bin da. Und wir haben wir eine Viertelstunde vor der Zeit. Wartig natürlich noch, aus Höflichkeit. Oh, mal gucken. Warte, da am Imbiss gibt. Man sieht, sagt ihr, um Imbiss treffen wir uns. Denn, ich ruf sie gleich mal an. Fünf vorrufe ich's an. Jot. Na denn? Guten Hunger. Frühstück. Mh. Na gut. So, fertig. Und jetzt weg die gute Dame mal anrufen. Und merke, oh, mein Handy ist weg. Nein, das ist nicht weg. Das habe ich hier. 11 Uhr 2. Mist. Oh, nee. Das kann nicht sein. Nicht erreichbar oder telefoniert? Ja, hallo. Müller hier. Ich bin jetzt vor Ort. Ja. Ja. Okay, alle klar machen wir. Bis gleich. Ciao. Tschö. Boah, dann machen wir das doch. Die Taube ist weg. Und sie ist, denke ich mal, sehr gut untergebracht. Und wer also möchte, darf gerne etwas spenden, denn das werde ich dann weiterleiten. All die Spenden werde ich weiterleiten an diesen Verein. Ich habe jetzt nämlich nicht gefragt, ob ich diesen Verein nennen darf. Sie werden aber zu 100% weitergeleitet. Braucht keiner irgendwie Angst zu haben. Also, wenn ihr wollt, spendet eine Kleinigkeit. Hier, dies, das, jenes. Wir machen das jetzt. Alles, was innerhalb dieser einen Woche, ab jetzt, ab Ausstrahlung sozusagen zusammenkommt, ist, ist dann für diesen Verein. Oder wenn natürlich auch in Zukunft, wenn dann eben Taube dazu geschrieben wird, ist das für den Verein. Ich habe jetzt, wie gesagt, 50 Euro erstmal abgegeben und finde, das ist okay. Mit 50 Euro kann man, ihr wisst selber hat eine Tierarztrechnung kostet, sagen wir mal, ein Vogel, der verletzt ist, oder so, kann man mit 50 Euro gut helfen. Ja, größere Operationen sind da natürlich lange nicht drin, das wisst ihr auch. Aber eben Medikamente, Erstversorgung, etc. ist alles gegeben, Futter und so weiter. Und wenn jemand 2 Euro gibt, gibt es da 2 Euro und 5 Euro und 5 Euro und so weiter. Aber eben jetzt in unserem Fall, wir haben ja da eine Taube abgegeben, also wir haben den Vogel dort abgegeben, 50 Euro. Und ich glaube, die Taube ist auf einem guten Weg. Das sollte die Kosten erstmal, wenigstens für einen Vogel. Für Konolo decken. Genau. Und wer möchte, unterstützt auch die Vogelrettung sozusagen. Und ja, wir werden es definitiv weiterleiten. Gut. Gerne könnt ihr aber auch uns unterstützen, natürlich. Bloß, das tut ihr ja schon, indem ihr einfach zuschaut und dabei seid. Mitleidet. Mit uns leidet. Unter den manchmal recht langweiligen Vlogs, unter dem Leben, wie es ist, was es alles für, ja, Überraschungen bereithält für einen, einem. Jetzt fahre ich wieder nach Hause und dann, ja, schauen wir mal. Ne, schauen wir mal, dann sind wir schon. Zu Hause. Hallo. Oh, schon, schon. Ohne Vogel wieder da. Wie war's? Ja. Na, wer ist denn da? Und hat eine Träne im Auge. Wieso hast du eine Träne im Auge? Weil, weil ich im Reinhard. Warum? Weil sie alleine sich die Süßigkeit nehmen wollte, obwohl ich gesagt habe, jetzt nicht. Und sie hat gesagt, ich mach das jetzt aber einfach. Herzlose Mutter. Aber ich sag, ich sag aber nicht auf. Ne, 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 ich nicht. Hast du gegessen? Ich hab gegessen. Das ist mein Nachküchpapas. Vogelkörner. Papas gibt ja auch Backküchern. Das sehen wir. Ja, Vogel abgegeben und gut. Sieht ganz gut entwickelt aus. Oh, Vorsicht. Ich bin schon mal fertig. Oh, wir haben hier noch so eine Papiermaske, falls wir eine brauchen wollen. Okay, ich nenne die Papiermaske, das ist eine. Naja, jetzt brauchst du sie einfach nicht. Ja, weiß. Anouk entdeckt, entfernt lass. Hallo, ich bin heiß Papi. Und tschüss. Ja, das hab ich auch da gemacht. Ich möchte Papi, die Papi, wie immer. 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 Ich meine, die gleiche, ich hab das nicht. Skadi gesagt, ich möchte dahin gehen, gehen auf die Bahnen. Skadi. Ja, dann gehen wir dahin, wo wir noch nie waren. Dann machen wir nicht lieber so. Mann, aber ich sehe jetzt nicht nach Bulgarien oder so. Haha. Machen wir nach Bulgarien. Ja, bei Badjahe. Ich bleib mal ab hier. Kalabrien. So, da sind wir. Hast du uns versucht anzurufen? Ja. Ich war dort. Warte mal, warte. Halt an. Lohin, komm. Mama, Lohin, komm. Ich hab ihn mal gesehen. Ja, der ist doch auch wieder da. Und Nett. Ja, Nett. Ist ja immer bei Jösges irgendein Erstgeburtstag. Nein. 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 Und los. Los. Ich bin natürlich gefahren. Und los. Renn, 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 renn. Ich muss mich nicht füllen. Aber ich kann nur eins, was da gab. Mama, was da gab. Mama, was da gab. Ich bin ein Ninja! Guck mal! Ninja! Wie cool das ist! Hey, Peppa, guck mal! Ich habe die mit Kipps gebaut! Ja, sauer! Noch ein bisschen zu tun! Hey! Krieg nicht um mit deinen Schuhen, wenn du da landest! Arr! Arr! Guck mal, ob der Springer rauskommt! Tobi, komm! In aller Welt! Ich bin Kettenhook! Und ich bin ein Ninja! Gibt es einen Ninja bei Kettenhook? Nein! Kettenhook! Wer kennt Kettenhook nicht? Und los! Endlich, ne? Kettenhook! Eine Kettenhook! Komm! 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 Der ist ein Kettenhook! Guck mal! Papa! Ich habe einen Baumkletter! Ja, ich sehe einen! Anouk! Komm! 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 Mama! 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 Ich habe eine... Da vorne mit dem Loch, ne? Eine Bühnejagd. Bei diesem Boden, wo meine Schwester klettert. Mama, ich hab das Bühnejagd. Okay. Ich hab noch eine. Hallo? Mama. Ich hab eine Axt. Mama kann es holen. Eine Axt? Ja, eine Axt. Ich hab zwei Axt. Ich mach es nochmal. Okay. Okay. Ich hab aber auch getrunken. Ja, guck mal. Papa, ich bin ein Axt. Hm. Schön laut dafür. Oh. Nein. Hier. Nehmt raus. Axtel. Ich Axtel. Gummistiefel sind ja auch nicht die geilsten Schuhe. Hast du Gummistiefel? Ja. Ich hab meine Turnschuhe. Deine. Ich hab deine genommen. Weil die, da drin kann ich mich ganz gut bewegen. Okay. Nein. Kommst doch mal ohne weiter. Doch. Na hoch da. Andersrum. Da kletterst du. Andersrum. Stimmt. Ich kletter immer falsch. Papa. Heia. Heino. Heino. Hoch mit dem Bein. Auf. Bein hoch. Halt dich fest. Ja. Kannst du den Helm mitnehmen sollen. Helm? Ne, wie so ein Litt. Schon mal Ninja mit dem Helm gesehen? Ne. Ninja hat nur eine Kapuze. Oder ein Schuh. Wink mal. Wink mal. Na. Kannst dich doch richtig festhalten an dem Ast. Was ist denn da los? Halt dich doch richtig fest. Wink mal. Wink mal. Na also. Wo ist Dati? Mama. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Das ist ein Beinfall. Wo ist sie denn? Ah, die sitzt da hinten. Okay. Okay. Jetzt gehe ich gut. Hi. Hi. Hier müssen wir mal ein Picknick machen im Frühling oder im Sommer. Weil es ist eine schöne Aussicht. Das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Ja. Ja. Ja, dann siehst du. Jetzt kannst du da runterhangeln. Ja. Und hier kann ich mich auch hinlegen. Hinlegen. Das ist Level 1. Hey, der ist gar nicht Level 1. Nee. Der ist schon ein bisschen schwer. Ich kletter hier hoch. Na dann mal los. Die Knie nicht einsetzen. Mach wie eine Katze. Papa. Hi. Mami. Miau. Da traue ich mich nicht. Warum nicht? Miau. 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 Also hier ist es gemütlich. Ja, Papa. Aber wenn, dann will ich so einen Baum der so aussieht. Ja, das kann man sich ja nicht aussuchen. Die wachsen ja, wie sie wollen. Na, aber hoffentlich wächst einer so. Fein hier raus. Abkürzung. Ja. Hallo. Na? Na, ist gut. Die haben voll die Spucke vom Hund abgekriegt, als so ein großer sich so geschüttet hat. Und ihr ganzes Gesicht voll über die Spucke von dem. Obwohl der gar nicht so nah dran stand. Ja. Und sie so, äh, äh, äh. Mama, Papi. Aber sie ist schnell kosmosier. Papi. Hast du sie geputzt? Papi. Hey, Reika. Mami, komm mal her. Hast du es? Mami. Wir lassen dich mal jetzt hier kurz. Zieh mal bitte die Jacke an. Anziehen. Nein, danke. Soll ich es abmachen? Lass ich mich spielen. Ja, ich krieg einen Buckel. Oh, die feine Wurstpause. Die Brotmahlzeit. Mami. Arzt. Mama. Mama. Yes, Gadi. Gadi. Mama. Mama. Judith. Judith. Nein, nein. 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 Weiter, 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 weiter. Oh. Mami. 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 Alles gut. Sehen wir in den Autos und da kann ich bei den Autos führen. Ach, das war der kurze Ausflug hier. Geprägt von Hungerattacken. Ein bisschen in den Zungen. Ein bisschen in den Zungen, ja. Okay, so nachdem ich jetzt in meiner kleinen Rumpelkammer hier sitze und noch ein paar Videos hier schneide. Und zwar erstmal die alten Rollen mir hier anschaue mit dem Betrachter. Die dann aufnehme und dann versuche hier so ein kleines digitales Abbild davon die erstmal wieder zu geben, damit man so einen kleinen Eindruck hat, was da auf den Ländern ist, mache ich jetzt Schluss für heute. Und wir sehen uns morgen wieder, also im nächsten Vlog, wann auch immer der das kommen wird. Ich würde mal sagen, gehabt euch wohl. Wie gesagt, gestern, die Taub ist in sicheren Händen. Heute hatten wir einen schönen Ausflug gemacht nach Pichelswerda. Wir waren ein bisschen spazierender, die Kinder haben geklettert, konnten sich ein bisschen austoben. Das war ganz nett, das war ganz angenehm. Ja, und morgen ist wieder Schule. Und ich schaue mal so Mitte der Woche wieder das nächste Video hochladet für euch. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommi.